Und er ist so low. Fuck. Da oben war einer. 70 Damage hab ich an dem Scheiß-Kauer gemacht. Fuck. Was ist da? Light Tank. Oh mein Gott, das ist ein Howard Sword. Nein, das ist normal. Nee, Standard. Kann auch mit drauf schießen. Back to save us. Nicht, nein, nicht, nicht. Ah, ah. 7 jetzt, ey. Nee, das war ich. Weil ich halt auch die Infanterie gehalten wollte. Ich bin fucking krass. Und Splash-Damage und so. Hast du doch ein bisschen Vodka geholt, Frederic? Wow. Das ist fucking bad. Onkel Gorbatschow. Trittst mich nicht, oder? Wo ist du überhaupt? Ne, sag mal. Doch, mal gucken. Da sind halt noch Leute. Basti, musst du haben. Basti ist ja durchgefahren. Und im Haus ist halt noch einer. Äh. Ah, fuck. Ist grad die spawnt. Oh, ich. Oh, was. Rechts weggerannt. Ist tot. Krass, einfach. Wie schnell ich da tot war. Die nade. 2. Oh my god. Die nade ist. Und wo, oder? Das nade ist unser, oder? Okay. Oh. 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 Ja, die pushen mich doch, glaub jetzt. Aber, Schuppier ist scheiße. Mein Gott, ja. Mein Gott, nein. Scheiße. Ich höre denk节ood. Oh mein Gott, cosevreck. Ich hab jeden drückgew gemaakt. Das ist doch ein Hammer. was hat er mit recht drauf rechts oben schon in die oben im ding noch recht im haus näher ich weiß nicht 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 in den Verzeih, ne? Auf dir. Ok, dann holt er ja eigentlich gar nicht raus. Ja, auf das. Und vorwärts. I'm doing it, Yonder. Live. Was machst du live? Weißt du zu wen? Luft abgelöst. Bei mir sind ein paar Leute. Uiuiui, das war close. Bei uns im Haus hat er eine Abnahmung. Bei uns im Haus hier. What the fuck? What are you all doing here? Oben drin ist glaubt noch einer. Nicht sicher. Hier ist keiner. Hier sieht auch keiner mehr. Sieht akzeptabel aus. Hier um die Ecke stehen noch vier. I'm moving forward. Me too. Versteck mich natürlich. Ja, ja. Oioioioi, da stehen das eine hier. Hab die jetzt ja rückkommen. Wurde gewerft. Was wird gleich mit mir abgebildet. Yes. Aua. Boah. Oh mein Gott, der andere Gang ist. Ich brusche einfach da oben. Gute Idee. Okay. Ich hab zwei kommen nach Emma. Ich hab zwei kommen nach Emma. Ich hab zumindest so ein, zwei Leute töten. Kommt weiter weg. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich C verteidigen oder ich helfe? Ich helfe. Oh Gott. Das ist ja ein Teil. Aber ein. Ja, ich geh es. Oh, zwei. Okay. Komm schon mal in eure Richtung. Wo ist der? Der hat Emma wahrscheinlich halt. Äh. Lass mal hier drüben rein. Okay. In die oben im Raum. Oh Gott. Hier ist ein Rammel. Oh mein Gott. Vollstreck an diesen. Komplett. Ich hab hier. Ja. Ja. Ich will integrieren. Ja. Der Heavy Tank. Dann natürlich genau, wenn ich in die Mine reinfahre. Unlucky. Ach so. Der ist oben. Unten rechts. Oh Gott. Junda. Ja. Ich muss nicht mehr sein. Ich muss nicht mehr sein. Ja. Ich muss nicht mehr sein. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich da wohnst. Ich gehe jetzt auf die Gebäude bei uns integrieren. Ich habe nicht runtergesprungen. Ich bin einfach niemanden gesehen. Und auf einmal haben sie mich alle gebiegt. Ich darf nicht sicher was ich nachdenken gerade. Kann man sagen. Oh. Send help. Das ist der Heavy Tank. ach komm ey die leute den Typen getötet? ah ja oh ok den verfolge ich nicht, dass der shotgun oben in dem Raum da wo sie gerade vorhin drin waren ist in der shotgun drin ok jetzt nicht mehr linke, links von dem Gang da der Ruine das war nicht über ihn verziehen ab ihn ok ja da piekt noch einer sorry ja ich hab doch nicht verkehrt bis jetzt zu ja dann noch einen nein ich bin wieder tot was ist das gerade und Harry zu eng warum zahlen die alle so auf mich die leuchtet ab und wirklich nicht aus Refs gewinnen nein 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 nicht schon wieder ach nicht wirklich warum piepen die nicht gerade mir so krank wer muss links oben ich bin ist ja auch ein jetzt geht es du kannst bei den lauten türen durch die stütze ganz außen durch ich habe einen rafstock gerade mit angriffen wie steht der da, wie können wir das sehen oh gott, ja geht dann mal 27, hat mich dann holy fuck ey das denn schon wieder geht es bei mir, der rafstock war eigentlich eigentlich die medica oder eigentlich die medica er hat zumindest schon mal so eine rafspätze rausgeholt das ist ein schiff mit der antitank, ne, ok team, jetzt blockt mich doch nicht, raf dir es nicht die nade habe ich übersehen die nade sind die nade sind die nade sind die nade sind I kick him one time, my own server. Aha. In BF3 da, in BF4. Wahrscheinlich nie, wenn ich mein Idiot ist. Denkt sich mit ein paar Sachen aus. Oh mein Gott, hätte ich hier selbst leider. Oh, der war auch in der Nähe. Im Haus ist einer. Im Haus. Oh, der war auch in der Nähe. Im Haus. Oh, der war auch in der Nähe. Oh, der war auch in der Nähe. Ich hab mich halt angemessert. Ah, wer hat mich? Wo? Äh, durch so ein B. Ein B in der Sektion Ecke da. Ah, ich dachte, es wäre der Typ gewesen, der auf ihn geschossen hat. Das hab ich nicht gekoilt. Das Typ hieß. Und er hat gesagt, dass es ein BF1 war, Juri. Alter, die Leute sind so... Solche kranken Lügner einfach, ne? Wirklich. Ja. Was ist los bei dem? Oh, jullo. Ja, okay. Alles klar. Okay. Na, rennt doch nicht von mir weg. Einfach zwei Kills bekommen, random. Mal gesehen. Never seen something like that. I'm amazed. Oh, god. Ehrlich, der Flammenwerfer hat mein Schuss geblockt. Oh, nein. Jone, du kannst doch einen Kettreder holen. Das ist zum Beispiel. Oh, nein. Das ist ein Kettreder, der Flammenwerfer hat mein Schuss. Oh, nein. Das ist ein Kettreder. Oh, nein. das ist schon richtig hardcore hex call sie jetzt sogar judy ja die guten schuld ist gerade leute durch wände fliegen keine halben sachen also dann kann man hier pusten durchgelassen ich bin doch nicht auf einmal Oh, du hast wieder einen retardischen Scoreboard. Ja. Ich kann nicht mehr tappen, um mein Score zu sehen. Das ist schon praktisch. Das ist total falsch. 64-0. Don't normal. Don't normal. Don't normal so much. You don't normal. B ist gar keiner. Was ist los? Oh fuck. Aber in dem linken Gang daneben. Oh fuck, da steht ein Heavy Tank. Das war's dann mit zu Null. Okay, noch und noch. Wie lebe ich? Ich frage mich schon die ganze Runde. Same. Das war's. Ahahaha. Das ist komplett. Okay. Ja, alles gut. Was? Was? Weißt du, Juni überlebt nach vorne, ne? War der Typ, ne? Tschö. I got you, my friend. Mighty Bacon. Gott. Joli! Sag mal, Nein, den 3,�... 3-7 zu 2, Bitches. Hahaha. Bullet protection. Holy fuck, Alter! We have taken objective material. Joli! Spawnen wir gar nicht mehr da was Where are you guys at? Ohohoh, sie haben dein Origin Account reported, Juli, what will you do? Fucking hell, Ben, tomorrow, 0, mega, 0, ok, ich renge den C weiter, ein Heal wär cool. Ha, da bist du. Ich bin schon die ganze Runde, das ist heute, nur uns sterben wir nicht. Acht stücke oder sowas brauchst du, das ist ja schon Gameplay, grad so, Boden. Ja, da hat's Übung, 4 KPM. Time to die. Okay, time to get killed, ist es. Oh, komm. Oben in nem Raum war der echt jetzt. Wo? Hallo, über den Raum. SMG nur nach 18 Wochen hält. Mein Kippen ist nicht. Ah, doch. Nur die, ähm. Oh, lol. Bei mir hattest du das Kippen, wo du warst zu weit weg. Was? Du kriegst nicht 90. Geht aber noch. Oh, läuft, kann man nicht mehr. Oh, ja, ja, ja. Ja, von rechts und links. Ja. Der Doppelpeak einfach schon wieder, wenn du solche Kippen hast. 88. 88. Oh, Gott. Der kommt jetzt. Ich darf schon. Na komm. Watch his movies on YouTube. Oh, movies. Oh, movies. Das ist halt ein Film. It's so intense. Ich werde ja so hart noch mal sterben. Warum bin ich besponnt? Ja, same. Oh, Gott. I am scared. Vor allem, weil ich direkt mit Juli stehe. Die Leute werden mich komplett fokusten, Alter. Die können er mehr. Wart ab, bis die eine kleine Warp-Double-Header von hinten kommt. Der Train-Motor-Door. Äh. Ähm. Tank-Gestreut. Juli hat mich einfach allein gelassen. Er hat Killed. Mein Gott, nein! Nein! Der ist sich wieder gestoppen. Bonus-Runde. Juli! Du weißt, was zu tun. Du weißt, was zu tun. Es ist trotzdem 91-0. Der Stimmenscore-Board. Im Moment. Krass. Im Moment. Wir wissen. Nämlich.